Ich seh nur so ne Probeaufnahme Ich bin so motiviert Mach mal Scoreboard Ich hab doch grad aufgemacht Im Titel schreiben wir Wir schließen vorne und hinten Mach das Scoreboard auf Es ist ein Teamspiel Wir halten die Gruppe zusammen Kommen sie und ich vorne und hinten Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie Die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt oder Apotheker Ach und wenn ich mal krass Runden mach Was kriege ich? Ich kriege immer noch ne Uniform Ja Digga aber schau mal Ich hab drei Runden in Folge ne Zehner Ja das ist bei dir doch normal Als der Joe untersetzt Ja aber jetzt nicht am PC Nur wenn wir ehrlich sind Ich hab da auch kaum Also ich hab Black Ice Nur für Pistolen gezogen Fast Ich hab nur Tarnung Was? Für was? Ich hab's den ja auch in denen gegönnt Klar hab ich gesagt Was für Waffe? Welche Waffe? Die F2 Die F2 Doch Markus hat später auch die F2 Und der Lukas dann auch Ich hab sie auch gezogen Ja man Doch du hast auch gesagt Das kann ich dir nicht Ja Es war immer nur so gesagt Ja genau Jetzt kann man auch alles sagen Es war alles nur gesagt Es war nur so gesagt Im Nachhinein kann das jeder sagen zu uns Ich hab heute echt Bock auf Rainbow Das muss ich schon sagen Auf wann jetzt hat Es war noch Ja sagen wir mal Wenn du wieder zehnmal stirbst Was ist da drin? Pass auf Weißt du wo? Ich glaub der hat noch einen doch gemacht Ich weiß es aber nicht so genau Doch da ist einer da drin John's recht links 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 Gut Tiki ich bin so gut man Ja doch ich meine Callouts Da ist jemand im Gang Da ist jemand im Gang Pass auf Im Gang? Ja der hat gerade meine Keim zu starten Ah Stairs ist der Ist er dort? Ist er dort? Wir haben da Mute gell Mann Digga von hinten Alter halt doch die Fresse Alter Bitte halt kurz weil ich fresse ich muss Von unten Ach 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 Was ist selber in die Luft gehen? Ich kill, geil Mann muss aber her denn bitte Ich geh in den Raum rein und bin los übernicht dritten und direkt da ist er das nicht dritten Mach mal ein Zaubert bitte A für die Aufnahme Funktioniert ja das nicht Geht halt ja nicht Verwund nicht Ah schau ich geh kurz Ich gehe abgucken jetzt ich habe auch nur gesagt ich habe bock auf das geben ich habe nichts ich habe da was gehört ich weiß was du gesagt ich habe jetzt nicht sagen man hört es in der aufnahme ist richtig laut die spur richtig laut was für eine missgeburt geworden ist ja die abgabe ist jetzt nach dem youtube 5.000 pro video verdient nicht nur ich habe mit der auge aufgekauft jones recht am gang du hast doch da reden wir noch mal doch lächerlich jetzt gewesen also ja das ich weiß nicht los das guck dir das bitte an die ich gehe ab wie schmids katze ich will auch wieder von meinen mails wieder verkauft ich habe mich dahin gelegt man ja ich habe die zeit abgeamt wenn wenn er wenn er mich nicht sieht und auf die schießtige die reaktionszeit sei froh dass du noch überlebt ist eigentlich gestorben die runde ja ja wirklich bitte ja ich war genau hinter dir wieder der kam mit der smg geräuscht wir machen ich war vor dir so ein hätte mich aus aber sie ist das ist ein ball nach hinten gesagt da hinten hinter mir low life rechts hinter mir ich werde zu was man weg holen jetzt ich wär's gar nicht gut oder schlecht stehe gewinnt trotzdem ja ich wette dass die gleich schreiben oder irgendwie in den paar runden jetzt sind die wir später spielen werde ich das einer schreibt dass ich es mir verkauft eine weise gerade gedacht hat dass man kein blick Jaws, ich hab nen Kill Die sind schon wieder oben Jäger Lass pushen, Chance Ja, die... Denken Jaja, aber der war gesentwitch von jeder Seite Jaja Digga, können die Gegner überhaupt was oder, Digga... Ist langwichtig Diggas Ich weiß nicht, was los ist, gell Ich hab die Sense Tomkin jetzt keinen Jungs Ich hab gestern noch die Sense geändert, gell Seitdem, Digga, ich sterbe nicht mehr Warte noch bis nächstes Essen Und dann in der Elo Ich hab ja gestern sogar noch selber einen Kloppenrangmatch gespielt, Digga selbe teilweise platin bis deinem spieler drinnen mich voll erschrocken das muss sogar auch was aber ich hoffe da habe ich kopf gesehen oder was kappen kopf das war eine drohne das war eine drohne das war eine kopf und nächste mir die schauen gerade drohne ich habe gerade IQ unkated IQ CCTV NO no ab sie und bei mir ist noch was war das die machen die alle so ja es auch wenn mich erwischt war sie war ja drauf kannst du nicht erzählen los gleiches low rechts und ihr das schon erlebt hat recht recht zu dir noch ich glaube dass dazwischen recht sonst kommt du mussten rs loke links immer noch im loch machen auf gelb bei mir das offen hat sich das schon rauskriegt so hoch oder wie an an aber der hat von oben nach unten schossen ob die Oh mein Gott, ich hab wirklich gesehen wie krass war, der Scheiße. Maschallah, war ein bisschen schwierig. Obe! Die ist getroppt! Letztes hinten rum! Der eine wollte blenden. Ich hab zwei wieder geholt, aber leider hab ich nicht gewusst, wo die Dinge ist. Wir haben den zweiten auf den Dropper geschaut. Jan-Sophie war oben. Schauen den Bein auf den Dropper, nicht mehr merken, dass sie runter getroppt ist. Die ganze da mal hingeschaut. Wie kommt die da rum? Wir lassen uns gleich wieder runter. Ich bin schnau vom Neckern ... Die sind so muchos, dass sie runtergefallen wollen.